Hey Kenners, was geht bei euch? Eine brandneue Operation ist am Start. Heidenei. Es ist gerade schwierig die Freude in Worte zu fassen. Wir haben ewig gewartet und jetzt haben sie es endlich geschafft. Es ist absolut krass. Sobald ihr euch einen Pass dazu gekauft habt, könnt ihr direkt loslegen. Ihr seht hier oben schon mal die Missions aus der ersten Woche. Mit diesen Sternchen könnt ihr euch dann neue Leute, also neue Agenten freischalten, die man dann scheinbar auch ganz normal bespielen kann. Des Weiteren eben auch Waffen, Rewards und so weiter und so fort. Es ist richtig, richtig geil, was wir da jetzt getrieben haben. Guckt euch das Ding an. Man kann sich die Sterne auch kaufen, aber es wird natürlich freigespielt, das ist klar. Ich bin gerade bei einem. Ich hoffe, dass dann bald diese Bot-Missionen dazukommen. Es stand hier schon irgendwo, dass es bald verfügbar sein wird. Hier ist auch direkt die Seite von dieser neuen Operation Shattered Web. Es ist so geil. Hier oben schreiben sie, dass man jetzt eben diese ganzen Models und die Waffen und so weiter freischalten kann mit den Sternen und die dann auch überall benutzen kann. Hier unten sind die einzelnen Agenten dann auch nochmal aufgezeigt mit einem Text, was halt die Motivation ist und so weiter und so fort. Sehr schön ausgearbeitet. Guckt euch mal den Hans Wurst an, herrlich. Und, habt ihr es gesehen? Es war eine Frau dabei. Ich habe eine Frau gesehen. Sieht aber auch haarig aus, oder? Uh, ich habe eben noch eine Frau gesehen. Bin ich blind? Da ist sie! Das erste Mal eine Frau, oder? Krass. Hier unten seht ihr das auch nochmal mit der Animation. Wunderschön. Und natürlich, wie soll man das auch von Valve anders erwarten? Dann kam eine weitere neue Case heraus. Und zwar die, ja, Shattered Web Case. Da sind richtig geile Teile dabei, wobei jetzt hier nicht, ja gut, die sehen ganz gut aus. Nicht alles edel ist, aber gleich. Passt auf, Leute. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Die Knives. Naja, komm. Obwohl, das ist ja auch schon. Aber guckt mal hier. Guckt ihr mal das Ding an. Guckt ihr mal die hier an. Edelst. Richtig, richtig nice. Guckt mal die Kolonie an. Boah. Tag 9 wird wieder interessant. Richtig, richtig krass. Ich denke, ich werde das noch in einem extra Video halt abhandeln. Alter. Obsidian. Lecker Schmecker. Mit den Skins. Die werde ich noch, die werde ich noch abhandeln. The Nurse Collection ist hier direkt hinterher gepfeffert. Guckt ihr das malen? Oh, lecker. Die Emerald Jürgen. Und guck mal hier unten. Der Marky Boy. Jetzt haben sie aber richtig rausgeschwitzt, die Jungs. Oder? Was passiert denn jetzt hier? Was geht ab? Sind die alle neu? Dann hier natürlich neue Sticker. Graffitis. Oh, das ist ein zerbrochen Herz. Bitte. Jetzt kommen sie hier unten nochmal zum Schwätzen mit den Missionen. Ja. Each week receive a new mission card featured six non-overlapping missions that can be completed in any order. Nice. Complete missions and earn stars in casual competitive danger zone guardian. And more to complete each card. Guardian strike missions. Pair up with a friend and defend the world from the tease in challenging new cooperative campaigns. Das ist genau das, den Modus, den ich immer gefeiert habe an jeder Operation. Geil. Man kann ja dann einfach die Mission abhusteln und dann eben diese Guardian XP sammeln. Hier zeigen sie ja nochmal die Auszeichnung, die Upgrade Able Coin, die man auch direkt bekommt. Also sofort, wenn ihr das Teil gekauft habt, habt ihr eben diese Coin. Richtig zuckrig. Und es gibt neue Maps. Nochmal obendrauf. Richtig. Krass. Guck mal. Jungle. Studio. Studio. Es rastet sich aber gleich komplett aus. Make the most in low gravity playing flying scouts my mission. Endlich neuer Kram. Darauf haben wir wirklich alle gewartet. Gerade die Jüngeren wollten auch mal eine Operation miterleben und jetzt ist es soweit. Ich weiß nur nicht, ob ich mir jetzt direkt dran setzen werde, weil jetzt ist es schon halb zwei und ich muss eigentlich morgen saufrühl raus. Aber ja, ich presse das Video jetzt erstmal zu Ende und lasse ich euch hoch. Und dann gucken wir das für morgen. Morgen ist ja auch wieder Livestream um 18 Uhr. Also eigentlich heute, Dienstagabend 18 Uhr. Das war uns da schön mal an die Operations dran setzen. Oder Operation. Richtig geil. Bis zum nächsten Mal.